Und willkommen zurück zu Starbound! Hallo! Hallo! Hi! Ich brauche euch den Furnace, weil ich brauche das noch für die Quest. Wir haben jetzt kurz einen neuen Server gekauft bei Nitralo. Genau, wir haben den mal aufgestockt und jetzt läuft es, hoffe ich. Der letzte wurde ja unfreiwillig beendet. Wer hat jetzt den Furnace aufgehoben, weil ich brauche den nochmal. Wer hat den abgebaut? Ich habe da gerade über 100 Copperohre reingetan. Ja, ich auch. Ach, Eisen. Und da kam reinzauern die Eisen raus, ich habe jetzt reinzauern die Eisen. Ich brauche mal kurz den Furnace wegen der Quest und so noch. Wir müssen es jetzt nochmal machen. Können wir die Einrichtung bitte wieder hinstellen? Ja, warte, natürlich. Ah, ich habe die. Wer hat den dann abgebaut und die haben wir gekriegt? Guck mal, warte, du musst den in der Hand halten. Ja, ich brauche den einmal in der Hand, danke. Dann bau den einmal hin. Wobei, ich baue noch einen für das ganze Zeug, was wir jetzt haben. Haben wir eine Kiste. Ja. Weil wir müssten jetzt eigentlich, sag ich mal eben, ein Beacon bauen. Was wir aber nicht machen, wer das Disaster gesehen hat letztlich. Also im Best of. Wie wir starten das erstmal aus ein bisschen. Besser nicht. Ich muss Iron Bars forgen, also ich brauche Iron Bar. Pack da meine Öfen rein. Nimm die hier einfach ein paar raus aus dem einen Ofen. Ne, ich habe selber Iron, was ich glaube ich... Oh mein, oh ja, okay. Ähm. Mein Starboard hat sich wieder einfach beendet. Meins auch? Sehr geil. Wuuu. Scheiße, auch am rechten Ofen. Bei euch läuft. Läuft bei uns. Okay, nicht an den rechten Ofen. Oh, I'm so hungry. Ich glaube wir haben den gleichzeitig benutzt oder so. Okay, weg von den Öfen. Lag das am Ofen meinte. Warum? Ich bin da gerade drangegangen. Warte, der Chris. Ja, aber nicht gleichzeitig. Die waren gleich... Nicht Sebastian, probier jetzt nicht aus. So, warum denn nicht? Ja, weil ich nicht unbedingt in der Aufnahme rauslegen will. Ja, ich kann es ja gleich auch mit probieren, wenn ich wieder da bin. Weil ich nehme halt nicht auf. In white. Ich habe Platinum. Ja, ich habe es ja auch reingetan. Lass da drin. Silver Bar. Platinum? Ja. Ja, das gibt ja Silber. Warte, rechter Ofen habe ich in Benutzung. Ich habe einfach mal meinen Eisen zum Eisen gepackt. Ja. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt die nächste Stufe von allen Sachen und uns ausrüstern und dann gehen wir nochmal runter über. Oh ja. Gehen wir runter. Oh, warte, wir können noch einen Anvil bauen, oder? Jo. Mach ich. Ja. Okay. Anvil. Flamme an. Flamme an. Okay. Oh Gott, ich habe. Was hast du, du Wichser? Ich bin, ich bin wieder da. Hast du einen Besen, oder was? Nein. Das hier mit dem Doppelsprung. Ach so. Hast du einen Besen, oder was? Ja, habe ich auch. Aber warte, Freaky ist da. Harry Potter, was ist los? Könnt ihr mir mal all eure Sachen geben und ich crafte mir eben für jeden die Scheiße, sonst haben wir die nachher dreifach und doppelt. Ich habe meine Sachen in die Kiste gepackt. Ach so, hole ich sofort. Warte. Ähm. Copper Peak X, ja. Freaky. Ah ja. Ja, baust du das jetzt, Sebastian? Sonst würde ich das jetzt eben für jeden machen. Da hat man einen besseren Überblick, was man hat, wenn einer nur die Sachen baut. Ja, dann mach du das, weil ich habe jetzt schon ein paar Sachen gemacht. Also für mich brauchst du das nicht mehr machen, so. Okay. Ähm, Freaky, nimm mal das aus dem Ofen hier raus, dann hast du deine Eisenquest fertig. Ganz rechts, oder was? Ne, hier in der Mitte. Mitte, okay. Mittleren Ofen. Hab ich. Und gib mal eure Werkzeuge, bitte. Ah, jetzt haben wir diese Beacon-Aufgabe. Aber das machen wir dann als nächstes Mal. Ne, ich geb dir mal weg. Obwohl, ne, ne, warte. Das baut jeder mal selber für sich, weil das kostet 100 Pixel, wenn ich hier eine Pickaxe baue. Ja, hier, ne? Unglaublich. Was brauche ich denn dafür? Einiges. Weil ich habe jetzt keine Pixel. Also du brauchst, ich werfe die Barren mal hier in die Kiste. Was war das denn? Ja, ich werfe, pass auf, ich werfe meine Barren auch mal in die Kiste. Ähm. Dann hol sich mal jeder raus. Alter. Ich hab, ich hab, ich hab ein Diamond-Ohr. Soll ich, ich tu den da auch mal rein, ja? Ja, alles rein. Ja, alles rein. Und dann habe ich hier ein, ein Silver-Ohr. Und ich hab hier auch noch Copper-Ohr. Und, äh, Gold-Ohren. Auch ganz fein. Gold-Ohren? Gold-Ohren? Schöne Gold-Ohren. Ich hab ne Bubblegum. Du, 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 du. Du. Ich hab gerade angefangen, weil ich es jetzt schon voll die heftigen Sachen hab. Und Platinum-Ohr. Platinum-Ohr hab ich auch. Sehr cool. Oh, da brauchen wir 800 Pixel. Oh, das ist, wie gut, wie gut, dass das gar nicht irgendwie schwul ist. Wie bei der ersten Aufnahme der rosa Planete. Rosa-roter Planet. Macht euch mal alle ne, ähm, Silber-Pickax. Das heißt, da brauche ich wahrscheinlich Silber machen und ne Pickaxe für, oder? Ja, genau. Nee, Silber oder... Ich habe nicht genügend Pixel. Silber oder Iron? Ich hab jetzt, äh, Silber gemacht. Ist Silber besser als Iron? Ja, was in der Reihenfolge kommt. Du hast ja ne Reihenfolge. Ja? Kann sein, dass du erst Iron machen musst, um die Silberen zu machen. Warte mal, warte mal, warte mal. Wie mach ich das da? Mach ich das am Crafting-Table, oder? Na hier am Anvil, wo wir alle vorstehen und kann da wer dran kommt. Ach da. Ja. Das haben die auch geändert, ne? Weil jetzt brauchen wir richtig wieder Pixel zum Craften. Haha. So, jetzt gerade mal, was kann ich denn jetzt hier... Also ich bin jetzt für eine Erkundungstour oberirdisch, weil wenn wir irgendwie so ein Palast finden, dann können wir richtig gut Damage machen. Ja, also es geht jetzt, es geht jetzt weiter mit der Silber-Pickaxe und dann Platinum, dann Gold, dann Diamond, dann... Nein. Hä? Was ist denn jetzt? Ich... Mich würde ja mal interessieren, was jetzt die... Pass auf, du machst erst die, ähm, Kupfer-Pickaxe. Dann die Silber-Pickaxe. Ja, die mach ich mir zuerst. Dann die Silber-Pickaxe. Okay, dafür brauch ich Kupferbarren, wa? So. Weil du musst die quasi in der Reihenfolge machen. Ja. Das heißt, ich nehm mir jetzt Kupferbarren und dann mach ich mir die Kupfer-Pickaxe? Genau. Ah ja, okay. Ich nehm mal ein paar Bandagen mit, Wackeln hab ich dabei. Hab ich. So, dann kommt als nächstes die, äh, Eisen-Pickaxe, denk ich mal. Ja, genau. Ah, mir fehlt jetzt Gold dafür, unterzumachen. Warte. 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 Hä? Warte. 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 Gold ist die nächste Stufe. Also mir fehlen Pixels ohne Ende. Was fehlt dir Chris? Pixel. Okay. Dann sollten wir auf Pixel ja gehen. Aber ich leg mich mal ganz kurz hin. Ähm. Oder ich nehm mal ein paar Bandagen, kann ich auch machen. Ah, hier ist ne Kiste. Cool. Warte mal. Ich kann mir gar keine Eisen-Pickaxe bauen. Gibt das auch nicht. Komm mal schnell runter. Hier ist doch ne Olle. Ich hab ein bisschen was. Jetzt erst auf. Hier ist doch ne Olle. Hier ist doch ne Olle. Hier sagte Gards, helft mir. Hä? Wo bist du denn? Ja krass, hier ist doch ein Dorf. Links. Ja. Ich blinde da Torf. Lass die aber mal leben. Tötet die nicht unbedingt alle. Mir fehlt eine Silverbar. Seriously jetzt. Ja, geil. Meine Kiste. Meine Kiste. Mir fehlt eine Silverbar. Nein. Mein Gott. Jawohl. Pixels. Nein. Pixels. Kloppt euch. Kloppt euch. Premium-Bett. Hahaha. Oh, ich soll die Waffe wegtun, hat der mir gesagt. Krass. Ja, und es kriegst du aufs Maul. Ja, geil. Der neue Planet hat hier direkt mal einen Markt. Kann man mit den handeln? Mit den kann man handeln. Ja, mit ein paar kannst du handeln. Das stimmt. Sind die teuer. Haben die keine Instrumente? Hau ab mit deinen scheiß Instrumenten. Ding, 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 ding. Boah, was ist das denn für ein Bling-Bling-Dingen? Kann ich mal mitnehmen. Geil, ein Adventure-Shirt. Hahaha, wie cool. Also man braucht von jedem immer zwei, um ein Barren herzustellen. Das habe ich gerade mal gelernt hier. Ah, cool. So. Und ich bin hier gerade den Rest, was hier noch rumliegt, am Einschmelzen gewesen. Ja. Mir fehlt leider immer noch ein Silber-Bahn. Aber gut, dann verschiebe ich das auch später. Ähm. Ja, den finden wir gleich bestimmt noch. Ja, klar. Ja man, Kupferhacke gefunden. Medikit auch. Wo bist du denn schon? Ich bin auf einer ganz links gelatscht. Ich habe irgendwie ganz komische Bücher, ey. Krass. Geil. Ach ja, du kommst übrigens auf der rechten Seite wieder raus, wenn du links die ganze Zeit lang latscht, ne? Hahaha, ehrlich? Ja. Aber ist eigentlich logisch, weil man läuft einfach um den Planeten. Ja. Wir sind halt nicht groß. Das macht Sinn. Das macht Sinn, stimmt. Da müsste man ja eigentlich, da müsste man aber rein theoretisch, wenn man lang genug gräbt, auch wieder irgendwann unten rauskommen. Oben rauskommen. Ja. Also irgendwo rauskommen halt. Ah ja, stimmt. Aber ich habe das Gefühl, das wird nicht so sein. Das ist schon krass, wie viele hier sind. Boah, der hat ein geiles Schwert, den würde ich gerne töten. Buy or sell? Warte, buy or sell? Kann ich da nicht einfach beim Waffenhändler was verkaufen? Weiß nicht. Jetzt habe ich auch mal eine Silver Pickaxe. Ist das schön. Ja, dann komm mal runter, da. Geht die Post ab. Haha. Warum schreibst du bei? Ich kann wieder nicht reden. Achso. Ich habe mit dem PC gesprochen. Das geht irgendwie, die reagieren da drauf. Achso, krass. Warte, ich laufe mal zurück, um da was zu kaufen. Ah. Der Hammer. Hallo. Oh, hi. Was ist denn hier los? Ich habe eine grüne Lampe. Voll geil. Was für ein komisches Volk hier wohnt. Ach, Hängerschränken kann man auch reingucken. Geil. Ah, das wusste ich nicht. Oh nein, das war keine gute Idee. Du hast jemanden angehauen? Nein. Okay. Dann ist alles gut. Hi Chris. Hi. Oh, dankeschön. Ich suche einen Händler. Ich glaube, der Server hier liegt jetzt noch herrscher als gerade. Ich sollte meine Waffe ablegen. Ich habe gehorcht. Ausnahmesweise. Da liegt es echt an der Version. Wie, äh. Ah. Der Hammer. Was? Hi. Hier hat keiner mehr eine Waffe zu verkaufen. Was ist denn los bei euch? Hier, du. Ach, hier. Hier ist er drin. Oh ja, geil. Aus dem Thunderhack. Damage per Swing. Hallo? 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 Was? Was ist denn jetzt? Hallo? Wer hat da Hallo gesagt? Ja, der Chris. Achso. Hier gibt es aber nichts. Das sieht anders an gehört. Ja. Hä? Treffen wir uns links am Ende der Stadt. Oh, ich habe gehauen. Das war dumm. Oh, oh. Ja, pass auf. Ich helfe den zu töten. Kein Problem. Nein, nein, nein. Ich, ich lauf einfach raus. Der kann mich nicht. Da sind auch Nüsse umgefallen. Haha. Lauf! Ich weiß gar nicht, warum ich den gehauen habe. Aber okay. Reflex. Mach's versehen wahrscheinlich. Hier, nimm meine Seifenblasen, du Schwuchtel. Was ich mich ja immer noch frage ist, ob die Bäume nachwachsen. Ja, wenn der neu einpflanzt. Ja, bis jetzt habe ich noch nie. Ich habe, ich habe, ich habe den bösen Gart umgebracht. Nimm mich verfolgt noch einer. Ne, der ist dann. Ich habe, ich habe, ich habe auf jeden Fall schnell umgebracht. Du Schwein. Ich leg mich jetzt erstmal in fremdes Haus und schlaf erstmal da rum. Nachdem ich den Gart umgebracht habe. Hi Sepp. Was hast du denn da? Hä? Oh, da kommt echt noch eine Gart an. Den müssen wir töten. Oh oh. Oh no. Oh no. Oh fuck, fuck. Oh nein. Scheiße, der verfolgt mich jetzt. Oh, ich bin vergiftet. Aua. Oh, ich muss schnell ins Bett. Haha, schnell weg. Jetzt hängt er da oben in der Tür und lässt mich nicht durch. Ich kann nicht zu euch nach links gehen. Ah. Oh doch, jetzt hat er mich vorbeigelassen. Herrlich. Ähm, als Variante, wir beamen uns wieder an den Punkt und laufen nach rechts. Wäre das was? Ne, komm, ich will erstmal noch zu euch kommen jetzt hier. Ja, ich bin ja, ich bin jetzt ganz rechts. Ach, oh. Ich geh zu den anderen, dann geh ich zu den coolen Leuten. Nach rechts. Rechts. Ja, ja, beamt euch hoch und wieder runter, dann seid ihr genau bei mir. Hm. Ich bin jetzt erstmal auf meinem Raumschiff. Und jetzt bin ich glaube ich auf einem anderen Planeten. Ne, jetzt bist du bei mir, du Sack. Hallo, Penis. Hi. Was hast du denn da für eine Lampe? Habe ich gefunden. Wo strahlt ihr mich? Die grüne. Hi Freaky. Guck mal, was ich kann. Hui. Chris beamt mich in meinem Bett. Guck mal, was ich kann. Wie machst du das? Ich will auch so coole Waffen haben. Please. Habe ich gefunden. Habe ich gefunden. Warum ist der die Bandage? Oh ja, hast du das gesehen? Warte, wir müssen auf Chris warten. Ach. Chris. 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 Ja, ich, ich muss das so aufheben. Chris. Chris. Warte. Da fällt mir an, ich hab Hunger. 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 Oh, Hunger. Oh ja, oh ja. Was kann ich denn essen? Oh ja, Kupfer unbedingt mitnehmen. So wichtig. Juhu. Klar. Ich sollte, bevor ich verhunger bin, mir noch schnell was bauen jetzt.